Uefa Champions League, das Magazin. Europas Fußballstars hautnah. Die Besten der Besten. Heute 12.30 Uhr in Sat.1. Die Uefa Champions League in Sat.1 wird Ihnen präsentiert von Kronbacher und Mastercard. Freuen Sie sich auf die Showsensation mit Linda Demol. Wollen Sie 2 Millionen Euro gewinnen? Der Millionendeal. Keine Quizfragen, keine Mutproben. Noch nie war es so einfach, Millionär zu werden. Machen Sie mit und bewerben Sie sich unter 013 79 800 800. Ah, da ist einer. Ein Asteroid-Jazz. Lass mal sehen. Oh ja, ganz deutlich. So ein Teleskop ist einfach irre. Komm her und sieh ihn dir an, Jane. Tatsächlich. Auf der Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter. Langsame Verlagerung tangents ja zur Himmelssphäre. Prismatisches Licht von Rot bis Violett. Ja. Wirklich hübsch, Jungs. Ich bin's, der Tommi Groszak. Jetzt kommt gar mal eine lässige Sendung präsentiert von V6 Junior. Viel Spass! Ich bin's, der Tommi Groszak. Wir haben keine Angst vor Gespenstern. Ich hab keine Angst vor Gespenstern. Junior? Warum heißen diese Nudeln eigentlich Spaghetti? Was weiß ich? Du kannst Fragen stellen. Na, ist doch klar. Sie sind lang wie Spaghetti, sind weich wie Spaghetti, sehen aus wie Spaghetti. Warum sollen sie nicht Spaghetti heißen?